Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du in der Regel auch genau, was du willst. So oder so ähnlich ist das zumindest bei den meisten Menschen der Fall und ich gehe auch mal stark davon aus, dass das bei dir so ist. Zumindest im Privatleben. Beruflich hingegen sieht das oft ganz anders aus. Ich zum Beispiel habe tagtäglich immer wieder mit Leuten zu tun, die absolut verzweifelt sind, weil sie beruflich unzufrieden, erfolgslos und ohne jede Motivation sind. Im Großteil der Fälle hat das allerdings einen ganz einfachen Grund, denn sie stecken schlichtweg im falschen Job fest. Aber warum ist das so? Weil ihnen oftmals nicht bewusst ist, wie sie ihre eigene Persönlichkeit im beruflichen Kontext bestmöglich einsetzen können. Damit ist aber jetzt Schluss, denn im heutigen Video zerlegen wir mal deine Persönlichkeit und matchen sie mit den Berufen, die am besten zu dir passen. Ja und am Ende des Videos gibt es dann auch noch einen praktischen Persönlichkeitstest, den du unbedingt machen solltest. Also viel Spaß dabei! Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's Tobias, dein persönlicher Karriereguru, beziehungsweise heute dein Persönlichkeitsguru. Ich bin mir sicher, du kennst dieses Gefühl, diese Bauchschmerzen. Wenn du ganz genau weißt, dass das, was du machst oder die Umgebung, in der du dich befindest, einfach nicht zu dir passt. Vielleicht, weil du das falsche Studium gewählt hast oder weil du einfach nicht mit dem Kollegen oder dem Chef auskommst. Aus dieser unkomfortablen Situation kommst du in der Regel nur dann raus, wenn du genau weißt, wie du und deine Persönlichkeit tickt. Wenn du nämlich weißt, welche Charaktereigenschaften dich auszeichnen und welches Potenzial deine Persönlichkeit hat, dann kannst du deinen beruflichen Erfolg deutlich besser beeinflussen und vor allem ein Leben nach deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen führen. Aber nicht nur dann, sondern auch wenn du nach einem Ausbildungsplatz, einem Praktikum oder einem neuen Job suchst, ist deine Persönlichkeit absolut entscheidend. Denn je mehr Ahnung du von deinen Stärken und Schwächen hast, desto treffsicherer sind deine Entscheidungen und desto besser und überzeugender werden auch deine Bewerbungsunterlagen. Das klingt jetzt alles noch super abstrakt, aber das ist es eigentlich gar nicht. Es gibt nämlich das sogenannte Big Five-Modell, mit dem sich super leicht ermitteln lässt, welche Persönlichkeitsmerkmale dich und deinen Charakter auszeichnen. Und wir schauen uns gleich mal an, was das für dich konkret bedeutet. Das Modell geht davon aus, dass die Persönlichkeit eines Menschen fünf verschiedene Haupteigenschaften hat, die allesamt unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Je nachdem, wie stark oder schwach diese jeweiligen Eigenschaften vorhanden sind, entsteht dann eine individuelle Gesamtpersönlichkeit. Die fünf Haupteigenschaften, also die Big Five, sind folgende. Erstens Offenheit, zweitens Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Schwieriges Wort, ich weiß. Bedeutet einfach so viel wie, ob ein Mensch eher sensibel ist, ja oder nein. Bei den Big Five gibt es keine Unterscheidung in vorhanden oder nicht vorhanden. Jeder besitzt diese fünf Eigenschaften, nur eben unterschiedlich stark oder schwach ausgeprägt. Du besitzt also immer die Eigenschaft Offenheit, bewegst dich aber ganz individuell auf einer Skala von eher verschlossen bis hin zu sehr offen. Schauen wir uns also mal die fünf Merkmale genauer an, was sie für dich und dein Berufsleben konkret bedeuten. Erstens Offenheit. Dieses Merkmal zeichnet sich dadurch aus, dass du zum Beispiel bereit bist, neue Erfahrungen zu machen. Du bist sehr neugierig, interessiert an fremden Kulturen, fantasievoll und erfinderisch. Du suchst ganz eindeutig nach Aufregung und Abwechslung. Wenn dieser Wesenszug bei dir weniger ausgeprägt ist, dann magst du es in der Regel eher beständig und lässt die Dinge gern so, wie sie sind. Was aber bedeutet nun Offenheit im Job? Wenn du sehr viel Offenheit besitzt, dann bist du wahrscheinlich jemand, der im Job Dinge gut vorantreibt. Du nimmst neue Herausforderungen gerne an und bist für Veränderungen bereit. Der Vorteil von Offenheit? Menschen mit dieser Eigenschaft können oft besser mit Veränderungen umgehen und als Führungskraft Teams gut durch solche Veränderungsprozesse führen. In der Regel arbeiten solche offenen Menschen auch deutlich selbstständiger als andere und zählen meist zu den Visionären. Der Nachteil von zu viel Offenheit jedoch ist, dass solche Menschen meist schnell ungeduldig werden und sich nur schwer konzentrieren können. Als sehr offener Mensch solltest du deshalb im Berufsleben immer achtsam sein und Dingen bewusst die Zeit geben, die sie brauchen. Und nun noch die Berufsgruppen bzw. Bereiche, die bei dieser Eigenschaft in Frage kommen. Für sehr offene Menschen eignet sich zum Beispiel die Medienbranche oder der Journalismus, Marketing und PR, Musik- und Veranstaltungsbranche, Textil- und Modebranche, Tourismus, Sport- und Fitnessbranche oder pädagogische Berufe. Für weniger offene Menschen eignen sich eher Berufe im Verkehr und Transport, Logistikbranche, Steuerberatung oder im Beamtenwesen. Zweites Merkmal der Big Five – Gewissenhaftigkeit. Sofern diese Eigenschaft bei dir eher ausgeprägt ist, bist du wohl gut im Organisieren und generell zuverlässig. Du planst vorausschauend, arbeitest strukturiert und verfügst über Disziplin und Durchhaltevermögen. Du legst aber auch ein großes Maß Ehrgeiz an den Tag und strebst deswegen immer nach guten Leistungen. Wenn dir die Eigenschaft jedoch eher fehlt, dann drückst du dich wahrscheinlich eher vor Verantwortung, pfuschst häufig mal, bist eher sorglos, unvorsichtig, unvorsichtig, nachlässig oder gar vergesslich. Was aber bedeutet Gewissenhaftigkeit im Job? Gewissenhafte Menschen handeln sehr sorgfältig, überlegt und meist sehr zuverlässig. Also jemand, auf den man sich verlassen kann und der daher sehr wertvoll ist für ein Team. Der Vorteil von Gewissenhaftigkeit? Du bist wahrscheinlich die tragende Säule in einem Team, denn du eignest dich hervorragend dafür, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen und sie dann auch zuverlässig umzusetzen. Der Nachteil von Gewissenhaftigkeit, wenn du zu gewissenhaft bist, läufst du möglicherweise Gefahr, die Dinge mit einem zu hohen, manchmal auch zu perfektionistischem Anspruch zu erledigen. Ein gewisses Maß an Perfektionismus wirkt ja beflügelnd, aber eine zu hohe, unrealistische Erwartungshaltung kann auch ausbremsen oder gar zur Belastung werden. Hier also immer auf einen Ausgleich achten. Ja und nun auch hier wieder die Berufsgruppen bzw. Bereiche, die bei dieser Eigenschaft in Frage kommen. Für sehr gewissenhafte Menschen eignet sich zum Beispiel das Rechtswesen, die Finanz- und Bankenbranche, Ingenieurswesen, Maschinenbau oder generell Berufe der MINT-Branche, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik oder aber Verwaltungsberufe. Für weniger gewissenhafte Menschen dagegen eignen sich eher kreative und künstlerische Tätigkeiten, zum Beispiel in der Designbranche, der Architektur oder Jobs im Kunsthandwerk. Drittes Merkmal der Big Five, Extroversion. Extrovertierte Menschen sind in der Regel sehr offen im Kontakt zu anderen, sind gesprächig, energisch, können begeistern und sind aktiv. Wenn das Merkmal bei dir nur wenig ausgeprägt ist, bist du wahrscheinlich eher introvertiert und neigst dazu, dich zurückzuziehen. Bist ruhiger, gern allein und arbeitest am liebsten unabhängig. So kann es natürlich aber auch leicht mal passieren, dass du durch deine Schweigsamkeit eher einen reservierten Eindruck hinterlässt. Was aber bedeutet nun Extroversion im Job? Also extrovertierte Menschen sind offen, gesellig und meist für den Spaß auf der Arbeit zuständig. Die Eigenschaft kann dich im Job weit bringen, aber auch definitiv herausfordernd sein. Der Vorteil von Extroversion? Extrovertierte Menschen sind oftmals die Anführer eines Teams und gehören zu den Mitarbeitern, die Projektergebnisse vorstellen und besonders gut netzwerken können. Es liegt einfach daran, dass sie sehr kommunikationsstark sind und eben selbstsicheres Auftreten haben. Der Nachteil von Extroversion? Zu extrovertierte Menschen sollten unbedingt darauf achten, in welcher Position sie arbeiten. Sehr detaillierte, routinierte Aufgaben, die viel Gewissenhaftigkeit und Ausdauer erfordern, können dann nämlich schnell zur Belastung werden. Extrovertierte Menschen nutzen ihr volles Potenzial in einer aktiven, belebten Umgebung, während introvertierte Menschen eher ein ruhiges Arbeitsumfeld benötigen. Deshalb nun hier auch wieder die Berufsgruppen bzw. Bereiche, die bei dieser Eigenschaft in Frage kommen. Für sehr extrovertierte Menschen eignet sich zum Beispiel die Beraterbranche, Politik, Schauspielerei, Tanz und Musik, Sales und Vertrieb oder eine Handelsvertretung. Für eher introvertierte Menschen eignen sich dagegen eher Berufe in der Verlagsbranche, im Bibliothekswesen, Geistes- oder Sprachwissenschaften oder der Forschung an Universitäten und sonstigen Institutionen. Und nun zum vierten Merkmal der Big Five, Verträglichkeit. Wenn du sehr verträglich bist, dann giltst du zum Beispiel als freundlich, kooperativ und sehr hilfsbereit. Du bist deshalb vor allem super für Teamwork geeignet. Den Gegenpol, dazu bilden dann wiederum Menschen, die als kalt und mitunter streichsüchtig wahrgenommen werden. Solchen unverträglichen Menschen sind oftmals undankbar, aggressiv im Wettbewerb, eher misstrauisch und wenig entgegen. Was aber bedeutet nun Verträglichkeit im Job? Menschen mit einer hohen Verträglichkeit gelten oftmals als die gute Seele eines Teams, denn sie sind sehr verständnisvoll und wohlwollend. Der Vorteil von Verträglichkeit? Dieses Merkmal macht dich zu einem Menschen, der in ganz unterschiedlichen Situationen mit ganz unterschiedlichen Kollegen gut auskommt. Heißt, du kommst besonders gut mit agilen Teams klar und hast selbst in wechselnden Teams mit wechselnden Ansprechpartnern wenig Probleme. Der Nachteil von Verträglichkeit ist allerdings, wenn du zu viel davon hast, läufst du Gefahr, dich nicht ausreichend durchsetzen zu können. Wenn du das natürlich weißt und dir das bewusst ist, kannst du gezielt entgegensteuern und darauf achten, dich nicht nur mitfühlend zu zeigen und zu agieren, sondern auch deinen eigenen Standpunkt zu vertreten. Ja und nun auch hier wieder die Berufsgruppen bzw. Bereiche, die bei dieser Eigenschaft in Frage kommen. Für sehr verträgliche Menschen eignet sich zum Beispiel der Kundenservice bzw. die Kundenberatung oder aber der Dienstleistungssektor generell, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Für eher unverträgliche Menschen eignen sich dagegen eher Berufe im Militär oder der Handwerksbranche, zum Beispiel in Mechatronik, Straßenbau, Metzgerei oder Landwirtschaft. Und nun noch das fünfte und letzte Merkmal der Big Five, Neurotizismus. Ein Wort, das du sicherlich noch nie gehört hast, bedeutet aber nichts anderes als wie emotional stabil sein, ja oder nein. Wenn diese Eigenschaft bei dir stark ausgeprägt ist, dann bist du eher jemand, der ängstlich und nervös ist. Jemand, der außerdem oft sich selbst Sorgen macht, schnell gekränkt ist, Schuldgefühle hat und sich wohl selbst gerne bemitleidet. Andererseits sind neurotische Menschen durch ihre Empfänglichkeit oft gute Therapeuten. Im Gegensatz dazu sind wenige neurotische Personen eher entspannt, emotional stabil und selbstsicher. Diese Leute kann quasi nichts aus der Ruhe bringen. Der Vorteil von Neurotizismus, die Eigenschaft ist im Job an sich oft eine Herausforderung, aber kann zu einem großen Vorteil für dich und dein Team werden. Denn als sehr sensibler Mensch nimmst du in der Regel oft kleinste Veränderungen sehr achtsam wahr und reagierst darauf sehr empathisch. Heißt, du sorgst dadurch für ein angenehmes Arbeitsklima. Der Nachteil von Neurotizismus ist allerdings, wenn du zu sensibel und feinfühlig bist, dann läufst du gefahr, dich im Job zu überfordern. Achte deshalb unbedingt auf eine wohltuende Arbeitsatmosphäre und einen gesunden Ausgleich. Heißt, schaff dir eine gute Work-Life-Balance. Ja und nun auch hier nochmal zum Schluss die Berufsgruppen bzw. Bereiche, die bei dieser Eigenschaft in Frage kommen. Für sehr neurotische Menschen eignen sich zum Beispiel die Landschaftspflege, Tierpflege, überhaupt die Pflegebranche an sich, der Online-Handel, Tätigkeiten in Laboren, Buchhaltung oder Forstwirtschaft. Für semineurotische Menschen eignen sich dagegen eher Berufe im Gesundheitswesen und soziale Tätigkeiten, Psychologie und Therapie, kreative Handwerksberufe oder Friseur- und Hauswirtschaft. Und für wirklich antineurotische Menschen eignen sich dann Branchen wie der Medizinsektor oder die Investmentbranche. So, nun aber genug Theorie. Jetzt geht es darum herauszufinden, wie du tickst. In der Videobeschreibung habe ich dir dazu mal einen Online-Persönlichkeitstest reingepackt. Damit kannst du herausfinden, wie dein eigenes Big-Five-Profil aussieht. Natürlich gibt es noch zig andere Tests, die das gleiche Thema behandeln. Also such dir gern den raus, der dir am meisten zusagt. Hauptsache du kommst den Fragen, wer bin ich und was will ich einen Schritt näher. Denn das wird dir helfen, die Chancen zu erhöhen, dem passenden Job zu landen. So, jetzt sind wir am Ende des Videos. Wie immer freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Natürlich nur, wenn dir das Video gefallen hat. Und mach unbedingt mal den Test und schreib mir in die Kommentare, welche Merkmale dich auszeichnen. Ach ja, und Channel abonnieren nicht vergessen, eh klar. Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bleib ambitioniert. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020